So, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Max Payne 3, äh, ja, die letzte Folge ist ein bisschen länger her, ja, die kam vor, äh, vier Tagen, äh, das tut mir nicht sehr leid, aber ich bin leider ein bisschen, äh, mit den Uploads, beziehungsweise, ähm, ich wollte eigentlich an dem entsprechenden Tag noch Max Payne aufnehmen, leider hat der Stream, äh, 6,5 Stunden gedauert, von daher ist es leider nicht mehr geschafft, an dem Tag noch Max Payne aufzunehmen, weil ich dann einfach nur müde und fertig war, aber wir machen jetzt einfach weiter, und ich glaube, wir hatten den Knopf nicht gedrückt im letzten Part. Ah, vielleicht müsste er da wieder ein bisschen neu spielen, aber was soll's, okay. Okay, man, bam, 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 easy, S-Pie, leider ist hier noch irgendwo einer und ich seh ihn nicht. Oh, da sind sogar mehrere. Ganz komisch. Ja? Achso, wenn ich recht im Maustritt drücke, ist es Zeitlupe, ja, ja. So. Das wäre mal ein bisschen schneller nachladen, das wäre mal eine Idee. Zack. Aua. Oh. Alter, der Blut, ey. Und du. Ah. Was war das denn für ein Move? Egal, er hat irgendwie funktioniert. Da hebt er nochmal ab, ey. Egal, er hat irgendwie so, auch mehr Abonniert! Ah. Max, es ist immer wieder hier. Hör. Ah. 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 Wenn ich das überlebe, wäre das ein echtes Wunder Ich hab's überlebt Okay Sehr schön Okay Okay, okay Rennen kann ich während dieser Sequenz nicht Tatsächlich Guck mal, mehrere, wa? Zack Er zeigt mir rot an, also werden das sein Äh, ja So Oh, mit der letzten Courage, glaub ich Hoppala Äh Zack Drinnen steht einer Oh, hier vorne auch, Moment Okay, ist ja nichts mehr Dann machen wir's einfach so Der steht noch Ist ja niedlich Bam Fucked up Ja, ist schon nicht ohne, was hier so passiert, ne? Aber wir können es ja ab. Aber sie vielleicht nicht. Was guckst du so? No, Max, please! Ja, ja, ja. Heul mal nicht rum! Okay, das ist ja so. Should we wait here for Passos? No, it's not safe enough. Come on. Dammit. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Komm her, du weisst dich. Alles klar. Du hast es? Bist du das? Bist du die Tür? Puh, hör! Oh, weia. Oh, da warten sie schon wieder. So, wo seid ihr denn, klar, dass die man erst dann seh, wenn ich quasi schon unten bin. Auch nicht immer so, geil, lol. Das war aber nicht geplant. Gut, machen wir das nochmal und diesmal machen wir das mit der anderen Waffe, ja. Ich hole nicht meine, meine Fail raus, meine Fail, mein Fail. Haha, hallo, zack, 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 aber das war jetzt natürlich. Ja, großartig. Ah! Okay, Leute, tut mir leid, da ist gerade kurz die Aufnahme unterbrochen, das war auch mein eigener Fehler. Ich habe gerade während des Enter-Drückens aus Versehen die Plus-Daste mitgedrückt, wo ich aber bekanntermaßen die Aufnahme habe. Tut mir leid, das war mein Fehler. Egal, sind wir nur ein paar Sekunden jetzt fehlen. Ja, schön. Ich kann mich aber nicht hierranducken, ne? Ja, da quälst du noch vorrum. Ey! Padduu! Halt auf Portugiesisch zu reden, ey. Boah, liegen Donuts rum, geil. Snack ich erst mal gleich an. Ja! Gleich auf die Schnauze kriege, ey. Darf doch nicht wahr sein. Ja, geil. Ich habe so gut angefangen, ne? Ich habe auch kein Schmerzmittel. Zack! Ja! Los traut euch! Ja! Wir stecken uns da, da kommen wir auf einmal alle! Oh! Warum spiele ich dieses Spiel auf schwer? Das habe ich mir dabei gedacht! Das war die nicht! Ja, ja, ja! Ist okay! Vamos aqui! So! Jetzt kommen nämlich alle um die Ecke hier, ne? Jetzt müssen nämlich alle angeschissen kommen! Oh! Oh, da kommen die Ecke hier! Okay! Lieber die Safe-Methode! Irgendwie! Ja! Ah! Stirb! Eieiei! Ehrlich gerade so dumm oder? Max hat gerade die Seiten gewechselt! Normalerweise läuft es auch immer links vom... ...Fadenkreuz aus! Ja! Okay! Okay! Das war äußerst interessant! Eure Donuts, Alter! Ah! Ich muss gucken, ob wir... Ah! Okay! Noch mehr! Oh! Bäh! Naja! Ich werde eigentlich gucken, ob ich hier irgendwelche Hinweise oder so finde! Äh... F! Ist ja schon mal besser als gar nichts! Ritt! 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 Gut! Dann weiß ich sie wohl nicht! Äh! Dann ist jetzt die Frage! Muss ich sie holen hier? Es leuchtet da so verdächtig! Ne! Achso! So die Lampe, die da genau drauf leuchtet! Fabiana! Oh, Fabiana! Moment! Hä?! Was ist da jetzt passiert?! What the fuck?! What the fuck?! Ich bin gerade hier runter gegangen! Wollt ihr mich verarschen? Wo ist die denn? Die ist vorgelaufen! Die ist vorgelaufen! Die ist vorgelaufen! So! Das muss immer noch kurz sein! Ich habe gerade 2000 Frames! Interessant! Was war das denn? Nein! Warum läufst du denn vor? Du blöde... Ne! Ich will keine... Schwimmwörter benutzen! Ne! Der alles zivilisiert hier! Bla bla bla! Wir können nicht Amerikan... Amerikanisch! Wir können nicht Englisch oder Deutsch reden! Nein! Ja, das weiß ich nicht! Ja! Ich verabschiede mich schon mal von meinem Leben! Och, Mann! Habe ich jetzt wenigstens wieder einen Painkiller oder ist er jetzt wieder weg? Äh... Okay, ich habe ihn noch! Sehr schön! Hoppala! Okay, ich nehme wieder die Waffe! So! Du auch! Hehehe! Boah! Wie sie mich aber auch gleich treffen, ey! Das kann echt nicht wahr sein! Dann... Tanz, tanz! So! Okay! Boah, ich kann ja jetzt Painkiller farmen, wa? Nice! So, Fabian... Ich kann hier Painkiller farmen! So, Fabian, wenn du jetzt noch mal irgendeine Scheiße hier machst, ne? Ganz egal! Springst du bitte, Max? What the fuck?! Ich habe gerade die STRG-Taste gehämmert, ne? Alter, was ist das denn für ein behinderter Abschnitt hier einfach nur? Was soll das denn? Bam, bam, bam! Alter! Weißt du, der kommt um die Ecke... Der hat schon 50 Kugeln in mich reingeballert in der Zeit, ey! Ganz ehrlich! Da wird auch keiner mehr messen, genau! Ja, du hast kaum um deine Ecke geschissen, du dummeste Kacke! Wie der mich aber auch mit zwei Schüssen oder so tötet! Ja gut, ich spiele auch schwer, ne? Was habe ich erwartet? Ah, da ist ja mal die Oberhörle hier, ey! Alter! Pablo, Pablo! Wir können nur Pablo sagen! Quatsch, stirb, Alter! Und... Geil! Ich ducke mich hinter dem Ding! Alter! Ah! Ich bin grad ein bisschen angepisst, ne? Das merkt man! Der Abschnitt macht mich fertig! Puff! Ich schieße wieder automatisch! Puff! Dadurch mach ich's ihm schwer! So! Spring doch, du Mongo! Wieso springt Max denn nicht? Ich... Hör mal, die verfickte SDRG-Taste, ne? Er ist aber natürlich so getimt, dass jetzt richtig schön... ...derin fällt lang, ne? Alter! Das ist echt zu viel für mich! Da! Warum kommt da jetzt so einer um die Ecke?! Mh! Alter! Ich hab keine Lust mehr auf diese Ficke hier! Ganz ehrlich! Pablo, Pablo! Ja! Ich heiße Pablo! Wahrscheinlich sagen die ganze Zeit nur, weh! Jamo, Pablo! Oder Jamo, Pablo! Mehr sagen die nicht! Die können die nicht reden, die dummen Pott und Isen, Alter! Können nur zwei Wörter! Jamo und... ...und ihren eigenen Namen! Wer lebt denn da jetzt noch, bitte? Okay, da kommt noch einer, äh... ...und irgendein paar Headshots, ey! Das kannst du mir aber glauben! Mein Penkeler! Zack! Da ist noch einer! Auch wenn gerade schon die Kill-Animation war! Egal! Spring! Jetzt wird bestimmt gleich wieder Fabiana gekillt, weil die jetzt auf einmal nicht hier lang gelaufen ist, sondern wieder irgendwo anders ist! Ah! Bam! Voll in den Hals, ey! Hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Es ist okay! Es ist okay! Shit! Komm her! Hier! Hier! Ich bin 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 hier! So, in der nächsten Stelle gibt's ne Errungenschaft! Mal gucken, ob ich die Kill-Wahrscheinlich nicht! Ich gebe dir das Wort! Ich will dich in die Klinik, voll mit dem Gas! Und wir fahren uns hier raus! Was? Ich fahren die fucking Sache direkt und weiter gehen! So, muss nämlich jetzt irgendwie, äh... Man muss hier nämlich alles und jeden töten, ja, dann kriegt man, äh, ne Errungenschaft! Keine Ahnung, ob ich's... ob ihn wirklich, äh... Vielleicht muss man auch irgendwas noch kaputt machen, klar, dass es ein Kind auch... Ich versuche einfach mal, alles und jeden kaputt zu machen, hier! Ja, ich sehe es! Hoho, bevor er die Rakete geschossen hat! Sorry! Oh! Nein! 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 Nein, nein, nein! Nein! Fuck... ich hab' einen nicht getroffen... ... das kann nicht wahr sein! Glaube ich! Giovanna Wir sind okay Wir sind okay? Du bist okay? Das Handy-Pieße der Fahrrad Wir müssen hier rausgehen Quick Sonne Sonne Giovanna, geh Ich brauche euch auf den Rücken dieses Gebäude und die Passos zu holen Sag ihnen, die Wälder von mir Gehen! 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 Er ist jetzt auf die Schnauze Vielleicht steht das auch noch irgendwie dazu Ich kann es nicht genau sagen Wenn die Brille zerschossen war Du kannst es schützen? Du kannst es schützen? Boah, das ist gar nicht so einfach hier. Hier sind mir viele Penkeler. Das war's.